Hallo zusammen, ich bin der Gerald Holzinger vom Radio Wienwetter und stehe hier gerade in der Wechselzone vom dritten Machfeldkanal Triathlon, der am Sonntag über die Bühne geht. Ich habe mir jetzt gerade mit meinem Kollegen und Kumpel, dem Bernie Weisinger, die Laufstrecke angeschaut. Zweieinhalb Kilometer Runde, so in etwa, so ist mir versprochen worden, zumindest wunderbar schnelle Strecke, ganz sauber zu laufen, kaum irgendeine Unebenheit drinnen. Echt klasse, könnt ihr euch freuen auf den Bewerb. Die aktuelle Wetterprognose habe ich noch für euch. Sonntag ist ja ein wunderbarer Kompromiss zwischen zu kalt, zu nass und zu heiß. Alles haben wir ja schon gehabt in dem Sommer, das wird an diesem Sonntag überhaupt kein Problem. Es ist schön sommerlich, in der Früh beim Start um 9 wird es so 16, 17 Grad haben wahrscheinlich und als Höchstwert dann 26, 27. Dieser Oberwestwind dazu, aber der wird eher weniger störendes, erfrischend sein und auch für alle Zuschauer, glaube ich, ideal, um sich das anzuschauen. Hört euch die Daumen, haut rein und nächstes Jahr bin ich vielleicht auch dabei. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020